Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur Streamer-Ladung. Wir sind hier wieder auf dem Server, wo wir neu gestartet sind und legen hier wieder ein bisschen los, wollen uns ein bisschen weiter aufbauen. Ich habe gestern noch ein bisschen geackert, habe hier ein paar Dinos gezähmt und wir wollen uns langsam in Richtung unserer neue Base machen, weil hier wollen wir nicht bleiben. Richtig? Es ist nicht so schön wie da, wo wir hinwollen. Richtig, auch wenn da eine Warden ist, wo wir hinwollen, aber wir werden sehen. So, ja, Stream-Link in der Beschreibung, könnt ihr vorbeigucken. Bis gleich. Tschüüüü. Bye, bye.